Musik Schön euch alle zu sehen im Eat Club in Hamburg. Ich habe ganz viele verschiedene Küchen nebeneinander. Wir holen unseren Sternekoch René Steiner zu. Hallo. Oh, guck mal, da kommt ein stiller Applaus. Oh, schön, danke schön. Okay, dann machen wir uns jetzt gemeinsam den Cocktail und stoßen dann gemeinsam an. Ja, ich sehe, da wird auch zu zweit gekocht und angestoßen. Sabine und Jonas, wir müssen mal nachfühlen, eure Gläser sind schon leer. Ja. Das ist die erste Ernte, das sind die Golden und die letzte Ernte ist bei der Very Dark. Wir machen das Pressing jetzt gemeinsam, deswegen haben wir ja hier einmal den Ahornessig und hier auch den einen Dark Sirup. Hier stehen. Also ich kann das jetzt nicht so gut. Na, gieß mal, ich sag Stopp. Ja. Toll. Machen wir noch einen Schluck dran, das reicht. Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt wieder ein kleines bisschen runter, auf die 6. Habt ihr den Lachs auch in der Pfanne? Gib mal einen Daumen hoch. Yay, ich kriege sogar zwei Daumen von Silke. Servus, hallo. Mein Name ist René Stein. Ich bin Koch aus Nürnberg. Und wir kochen heute ein schönes Menü mit Ahornsirup. favorites. Bye. endlich mein Name ist단le. dough. Untertitelung des ZDF, 2020